Mit Applaus, das ist mal was Außergewöhnliches. Ja, vielen Dank. Diese Ankündigungen, die sind ja immer sehr, sehr, sehr freundlich. So sehe ich mich selber, glaube ich, gar nicht. Aber hin und wieder hat das schon mal geklappt mit dem einen oder anderen Fernsehauftritt, ohne dass ich das wollte. Das stimmt tatsächlich. Ja, das Thema heute des Vortrags wurde ja auch draußen angeschlagen, auf dem Plakat ein bisschen abgekürzt, hier ausführlicher, wie Internet und neue Fertigungstechnologien und Services, auch ein wichtiger Aspekt dabei, jeden zum Produzenten machen können. Ich habe mal meinen Titel darunter geschrieben, der ist mir eigentlich selber nicht so wichtig, aber dann versteht man, warum ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas mehr schmunzle, wenn es um Technik geht. Ich habe halt Diplom, Ingenieur, Maschinenbau studiert drüben, auf der anderen Reihenseite. Und dieses ganze Thema Maker ist eine Sache, zu der ich gekommen bin, über einen Verein, den wir 2010 gegründet haben und so richtig in die Öffentlichkeit bin ich mehr oder minder mit dem TEDx-Vortrag hier in Köln gekommen, zum Thema 3D-Druck. Ist das jetzt eigentlich, was auf uns zukommt, eine Revolution oder reden wir da viel eher von was kleinem Schrittweisen, also einer Evolution? Ich habe das damals bewusst ergebnisoffen auch gelassen, weil ich sage, das können hinter Historiker beurteilen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall ist es aber eine spannende Entwicklung, die da auf uns zukommt. Und da muss man jetzt auch mal schauen, wie lange es denn dauert, beziehungsweise auch daran mitwirken, wenn man denn Freude daran hat. Über mein Studium bin ich natürlich auch schon mal an Fertigungsmaschinen gekommen. Als Maschinenbauer kommt man nicht so ganz drum rum, denn man kann ja das Tollste entwerfen. Wenn man es nicht bauen kann, dann hilft es einem nichts. Also muss man sich mit den Geräten auseinandersetzen, die Dinge fabrizieren. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich ausgerechnet im Labor für Fertigungssysteme gelandet bin, da drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter war. Und ziemlich zeitgleich, als ich da angefangen habe, kurz davor haben wir halt auch den Verein hier in Köln gegründet, die Ding-Fabrik, auf die ich später noch eingehen werde. Das ist eine offene Werkstatt und ein Ort, wo solche computergesteuerten Fabrikationsmaschinen stehen, wie beispielsweise mein erster 3D-Drucker. Ziemlich wüstes Gerät, funktioniert so schlecht, wie es aussieht. Also die Besonderheit an diesem Gerät, deswegen heißt er auch RepRap, der Rapid Replicator, die Self-Replicating Machine. Diese blauen Teile hier sind selber auf einem Vorgängerdrucker gedruckt. Also das heißt, man druckt sich diese Komponenten aus. Was man hier unten sieht, sind Gewindestangen, Muttern, die es in jedem Baumarkt gibt. Ein bisschen Elektronik, die es im Internet zu bestellen gibt. Und dann kann man sich an einem Tag, also es dauert wirklich nur einen Tag, ich habe das selber im Workshop an einem Tag gemacht, so einen Drucker bauen. Dann braucht man noch so einen zweiten Tag, bis man ihn halbwegs bedienen kann und so ein halbes Jahr, bis was Vernünftiges rausfällt. Also da ist immer viel Glück auch mit dabei. Das Teil hat mich relativ stark frustriert, sodass ich mir dann später mal einen funktionierenden angeschafft habe. Auch wieder ein Selbstbaugerät, allerdings habe ich das diesmal nicht selber montiert. Vielleicht lag es daran, ich weiß nicht. Wobei ich danach auch nochmal in einem Workshop so einen Drucker montiert habe. Dauert auch einen Tag, der ist schon deutlich zuverlässiger und steht seitdem in einer Dingfabrik und wird da auch ganz gerne genutzt. Und dann, ja 2010 ging das halt los mit diesem ganzen Thema 3D-Druck, Laser-Cutter, Computer-gesteuerte Maschinen. Kam auch die passende Literatur hinterher, die das Ganze überhaupt erstmal zu Titeln geformt hat, was ich eigentlich in meiner Freizeit zu Just for Fun gemacht habe. Wie beispielsweise so das Populärste von Chris Anderson, dem ehemaligen Chefredakteur vom Wired Magazine, der selber auch Firmen gegründet hat, aus dem Hobby heraus, Drohnen zum Beispiel verkauft er, also nicht die mit den Raketen, sondern die, die einfach nur friedlich filmen. Und das in klein und nicht über Afghanistan und dem Iran. Und hat eben dieses Buch entsprechend rausgebracht, was ja auch schon sehr nah an dem Titel dieser heutigen Ringvorlesung ist. Auch Jeremy Rifkin, so einer der großen Wirtschaftsvordenker, ich habe den mal persönlich kennengelernt und durfte dann von ihm erfahren, dass er Politikberater für Merkel, Steinbrück und alle Großen in Europa ist. In den USA hört man wohl nicht auf ihn, weiß ich nicht. Aber hin und wieder taucht er auch in Dokumentationen auf, hat auch das Buch geschrieben, Die dritte industrielle Revolution, die Zukunft der Wirtschaft nach dem Automzeitalter, geht da auch auf das Thema 3D-Druck ein und sieht darin ein großes Potenzial. Nicht zuletzt deswegen haben wir uns auch entschlossen, mit ein paar Partnern hier in Köln, unter anderem einem Professor auch hier von der Rheinischen Pfarrhochschule, die 3D Print Center GmbH zu gründen und jetzt mal Geschäftsmodelle rund um das Thema 3D-Druck zu evaluieren und dann auch demnächst damit auf den Markt zu kommen. Da sind wir gerade noch in der Gründungsphase. Wie funktionieren überhaupt diese Dinger? Was kann man damit tun? Warum sollte das für einen vielleicht interessant sein? Für wen könnte es überhaupt interessant sein? Nun, früher war es so, man hat einen Block Stein genommen, darauf rumgedroschen und irgendwann fiel das Teil raus, was man haben wollte. Ich glaube, Michelangelo hat mal so beschrieben, dass er so seine Löwenstatue gemacht hat. Und das gleiche hat man mit Stahl gemacht und vielen anderen Dingen. In der Regel ist es also so, dass ich spanend arbeite. Ich nehme Material weg, was nicht mehr dahin gehört, um zum Bauteil zu kommen. Die 3D-Drucker arbeiten anders generativ. Das heißt, die bauen so ein Modell Schicht für Schicht für Schicht auf. Der große Vorteil dabei ist, dass das Material, was man nicht braucht, auch sofort weiter verwenden kann. Also man hat in der Regel nur den Materialeinsatz, den man wirklich fürs Objekt braucht. Vom Verfahren zu Verfahren weicht das etwas ab. Man kann sehr freie Geometrien damit machen und man muss sich nicht mit komplexen Fertigungsprozessen auseinandersetzen. Das ist zumindest das große Versprechen dahinter. Im Detail muss man dann immer schauen, wie es tatsächlich funktioniert. Das, was ich dafür brauche, ist ein 3D-Modell und Material. Und am Ende bekomme ich dann je nach Verfahren und Materialeinsatz entweder einen Prototypen, Werkzeug oder schon ein Produkt draus. Das, was natürlich immer in den Medien suggeriert wird, ja, 3D-Drucker zu Hause hinstellen, alles plumpst raus und ihr braucht nicht mal einkaufen gehen. Dummes Zeug. Also zumindest heute und wird es auch noch länger bleiben. Aber die Endversion oder die Endvision dahinter ist schon der Replikator von Star Trek. Also ich glaube, das treibt auch viele von den richtigen Nerds an, an solchen Geräten mitzuentwickeln, dass ich irgendwann sage Computer Tee. Also heute scheitert es ja ganz gerne schon daran, dass Siri das Wort Tee versteht, aber dass dann auch wirklich mal ein Tee unten rausfällt mit Tasse. Heute muss man da noch ein bisschen mehr. Wenn ich einen Prototyp haben will, spricht man vom Rapid Prototyping, Rapid schnell, naja, die Maschinen sind eigentlich gar nicht so schnell im Vergleich zu anderen Fertigungsverfahren, hin und wieder schon. Dürften sich jetzt nochmal stark entwickeln auch in den nächsten Jahren, aber im Vergleich zu der ganzen Aufbereitung, die ich sonst in einer klassischen Fertigung machen muss, bevor ich zu den Sachen komme, ist es dann eben doch schnell, wenn man den gesamten Prozess betrachtet. Wenn es ein Werkzeug ist, spricht man vom Rapid Tooling und wenn es ein Produkt ist, vom Rapid Manufacturing. Bei letzterem ist vor allen Dingen das Problem mit der Produkthaftung so ein Thema, dass auch immer zuverlässig die gleiche Produktqualität unten rausfällt. Das zerbricht vor allen Dingen den größeren Herstellern gerade noch so ein bisschen den Kopf, damit das dann auch in die Masse getragen wird. Dem Maker ist das wiederum egal, weil der vom Produkthaftung meistens sowieso nicht so viel Ahnung hat. Der lässt das leistlich zukommen. Es gibt da in diesem 3D-Druck unterschiedliche Verfahren. Eines der ersten Verfahren ist die Stereolithografie, wo ich ein Harzbad habe und dann aushärte mit UV-Licht. Wenn es ein bisschen stabiler sein soll, so ein Harz ist dann doch relativ fragil, es sei denn, ich mache es massiv und dann ist er wieder teuer, kann ich es auf selektive Lasersintern oder Schmelzen gehen. Da habe ich dann die Möglichkeit, mit Keramik, Metall zu arbeiten. Also aus dem Ding fällt ein Teil, aus Metall hält so. Wird gerne im Motorsport mittlerweile eingesetzt, in der Luft- und Raumfahrt. Sonst auch im Prototypenbereich von irgendwelchen High-End-Konstruktionen, weil man damit sehr schön auch Leichtbau realisieren kann. Wenn es billig sein soll, und das sind die Drucker, die ich auch besitze, beziehungsweise die man jetzt günstig einkaufen kann, dann gibt es das sogenannte Fused-Filament-Verfahren, wo ich ein Kunststoffdraht habe und den aufschmelze. Funktioniert wie eine Heißklebepistole, die vom Computer durch die Gegend gefahren wird, zeige ich gleich auch nochmal im Video. Wenn ich es in Bund haben will, also hiermit kann ich vorher mir überlegen, je nachdem welchen Kunststoff ich einfähle, die Farbe kommt am Ende raus, logisch. Aber bei diesem Verfahren drucke ich wirklich mit Tinte, also mit Druckertinte in Gipspulver, mit dem 3D-Printing, das eigentliche 3D-Drucken, was allen anderen Genres da auch den Namen gibt, und bekomme damit wirklich farbige Modelle raus, in Vollfarbe. Also das, was ich sonst auf dem Papier hatte, 2D, kommt dann in 3D raus. Ist aber in der Regel Gips-Polymer-Pulver, also ein bisschen brüchig. Reicht aber, um es sich auf den Kamin-Sims zu stellen, wenn man einen Kamin hat. Und noch ein anderes Verfahren, was ich recht interessant finde, weil das eine besondere Qualität hat, ist das Polyjet-Verfahren. Patentiert kommt man jetzt erstmal ein paar Jahre nicht ran. Aber bei diesem Polyjet-Verfahren kann ich Materialmix in einem Objekt machen. Bringe ich später auch noch ein Beispiel für, das ist tatsächlich recht faszinierend, also ich habe auf einer Messe eine Schutzbrille gesehen, wie man die kennt und im Baumarkt kaufen kann, die in einem Stück gedruckt wurde. Das heißt, die haben das klarsichtige Glas, die starren Bügel und die Gummierung an den Bügeln in einem Druckprozess erzeugt. Die haben dem Ding gesagt, produzier das, und es kam so aus dem Druck heraus. Ist nicht billig, noch nicht, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und damit für Prototypenentwicklungen, für Anschauungsmodelle oder eben auch für etwas, was das bedingt, dass ich wirklich eine starke Integration von unterschiedlichen Materialien habe, die ich schwer montieren oder gar nicht montieren kann in der Komplexität, dann umzusetzen. Und das Spannendste ist eigentlich, was kommt als nächstes. Also das ist ja nur ein Abriss von dem, was gerade so geht. Da gibt es auch noch andere Verfahren, eher für Nischen, eher für die Industrie. Aber das Interessante ist vor allen Dingen, was passiert danach. Eine andere Frage ist natürlich, woher kommt das Datenmodell? Gut, im einfachsten Fall daher, wo unsere Filme kommen, aus dem Internet. Wenn ich jetzt eine reale Vorlage habe, die ich wieder kopieren möchte, abändern möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, mich zu scannen. Da gibt es unterschiedliche Scanverfahren. Wir werden uns jetzt demnächst auch so einen kleinen schönen Handscanner anschaffen. Hier in Köln hat gerade jemand aufgemacht, der 1 zu 1 Miniaturen von Menschen und Haustier und Kind und Kegel, was alles mit dran hängt, erzeugt, wo ich mich in einen Kreis von 60 Spiegelreflexkamera stelle. Die Dinger lösen einmal aus und daraus wird ein 3D-Modell erzeugt in Vollfarbe und ich kann dann so ein Mini-Me von mir kaufen für, naja, also ich glaube, es geht ab 80, 90 Euro los. Der sitzt hier um die Ecke in der Kettengasse und bietet das an. Ja, und der andere Punkt ist natürlich, wenn ich irgendwas selber entwerfen möchte, dann hilft mir eigentlich nur, mich selber auszubilden. Aber der Zugang genau zu dieser Ausbildung, zu der Software, dazu, dass ich überhaupt in der Lage bin, etwas zu entwerfen, zu designen, Vorlagen sehe und so weiter, war noch nie so einfach, wie es heute der Fall ist. Früher kosteten CAD-Systeme, das kosten sie heute noch, irgendwie 10.000 Euro aufwärts. Man kriegt auch günstigere, aber die, die Spaß machen, sind dann eher so in der Preiskategorie. Heute kann man Google SketchUp benutzen, macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß, funktioniert aber und ich kann damit schon meine ersten Entwürfe machen und es gibt auch noch andere Software, mit der ich es dann direkt drucken kann. Bei SketchUp muss man dann auch noch so ein Upgrade kaufen. Was kann ich jetzt also mit den Dingern machen? Ich habe ja vorhin so ein paar Beispiele angesprochen, jetzt wollen wir die mal sehen. Also hier sieht man den Drucker bei der Arbeit, hier oben ist die Düse, wo der Kunststoff rauskommt. Der läuft gerade recht langsam, den können wir auch noch schneller laufen lassen. Und der baut das Ganze dann Schicht für Schicht auf. Das sieht man in dem nächsten Video hier noch etwas besser. Also hier erzeugt der gerade so ein Bauteil für einen 3D-Drucker. Und aus dieser Düse kommt jetzt der Kunststofffaden auf und baut das nach und nach auf. Was man sich dabei vorstellen kann, wenn kein Material da drunter ist, plumpst es ins Leere. Also die Schwerkraft setzt der nicht außer Kraft. Das heißt, man muss Stützmaterialien einbringen, wenn man entsprechend komplex arbeitet. Es gibt halt bessere Druckverfahren, die auf sowas dann verzichten können. Das ist hier so ein Beispiel von Minimi. Ich weiß nicht, eigentlich ist der Professor Thioff hier bekannt. Das ist er. Und das hat er sich auf einer Messe in London drucken lassen. Kann man mittlerweile auch in Köln als Kopie bekommen. Und die Qualität von den Teilen ist schon recht beeindruckend. Jetzt eine Frage in die Runde. Was könnte das hier für ein Material sein? Ja, Schokoaroma war bei dem letzten Ding dabei. Zucker, genau. Also die Firma 3D Systems, einer der Big Player in dem Geschäft, die auch seit 20 Jahren schon diese Dinger entwickeln. Und glaube ich, so ein bisschen überrascht wurden davon, dass jetzt die Endverbraucher sich für die Technik interessieren. Also seit den 80ern wird die Technik entwickelt und ist auch schon um 2000 rum in der Industrie angekommen. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Aber es wird jetzt halt immer mehr und wächst gerade erst richtig. Die haben sich einen Drucker gekauft, das ein Ehepaar aus den USA entworfen hat, die damit eigentlich ein kleines Business betrieben haben. Also die haben sich selber so einen Drucker entworfen, der in Zucker drucken kann und eben auch solche Geometrien machen kann. Ich glaube, Farbe konnten die jetzt noch nicht. Haben das wiederum verkauft an 3D Systems. Das ist wahrscheinlich irgendwas um einen zweistelligen Millionenbetrag. Man war sich in den ganzen Postings nicht so ganz sicher. Also die haben erstmal ausgesorgt, wenn sie nicht unbedingt eine Yacht brauchen. Und die Firma kündigt jetzt diesen Drucker fürs zweite Halbjahr 2014 an. Wenn ich Farbe nicht brauche, 5000 Euro. Wenn ich Farbe haben will, dann 10.000 Euro. Und das ist eine Summe, die ich als Konditor, wenn ich das entsprechend in mein Geschäftsmodell mit einbinde, durchaus ausgeben kann, um dann eben entsprechend Hochzeitstorten, Dekorationen oder was ähnliches anzubieten. Wenn ich das kombiniere mit der Technik, die hier in der Kettengasse bei Double Me sitzt, dann kann das Brautpaar essbar, ich weiß nicht, ob die gegessen werden wollen, aber sie könnten sich essbar für ihre Torte ausdrucken und spätestens zur Scheidung sagen, so jetzt beiße ich dem den Kopf ab. Also solche Möglichkeiten gehen. Andere Leute arbeiten daran, dass das jetzt nicht auf Zucker beschränkt ist, sondern grundsätzlich mit Nahrungsmitteln funktioniert. Die übliche Reaktion bei Nahrungsmitteln ist immer Bäh, Nahrungsmittel aus einer Maschine, furchtbar. Na ja, also wenn ich einen Apfel in einen Mixer reinwerfe und mir Apfelmus mache, dann habe ich auch eine Maschine eingesetzt und Apfelmus, das ist jetzt erstmal noch nicht widerlich. Das, was diese Maschinen machen, ist nichts weiter als einen Teig oder ein Brei oder eine Paste, was ja in vielsten Variationen gerne gegessen wird, dann entsprechend in Geometrien auszubringen und zu portionieren. Ob das der große Durchbruch und die Revolution in der Küche ist, sei mal dahingestellt. Also das muss dann jeder für sich selber sich überlegen, vielleicht in der Sterne-Gastronomie relevant, wenn ich besondere Texturen erzeugen will, vielleicht interessant im Kontext mit Molekularküche, aber die haben sich jetzt das Ziel gesetzt, so eine Maschine für einen Heimgebrauch zu machen. Sieht dann auch ganz nett aus, aber ich muss alles, was das Ding ausdruckt, das wird nicht von dieser Maschine künstlich generiert, muss ich vorher als Paste da reinbringen. Und sei es nur Tomatenmark, dürfte nicht sonderlich lecker sein, wenn ich nur Tomatenmark verdrucke, aber ein bisschen gesüßt geht es dann ja schon. Ja, ein anderes Thema, wenn wir schon bei organischem Material sind, Organe selbst. Wird auch fleißig daran gearbeitet, könnte die Zukunft sein für die ganze Implantationstechnik. Es gibt ja eine große Frage rund um Organspenden und so weiter. Ist vielleicht noch ein bisschen weit weg vom Maker, mag man meinen, aber die Maschinen, die das tun, sind eigentlich sehr simpel und eigentlich auch nicht teuer, wenn man sich die baut. Das Ganze steril zu halten, ist dann das, was es teuer macht, weswegen das alles nur im Versuchslaboratorien derzeit gemacht wird. Und das, was diese Maschinen machen, ist wieder ein Gel, ein organisches Material, was auch mit der DNA des Patienten angereichert sein kann, auszubringen in einer Geometrie. Hier wird beispielsweise ein Ohr gedruckt, also der Knorpel. Und danach wird dieses Organ angezüchtet. Und dieser Knorpel kann dann implantiert werden, wenn jemand nach einem Unfall beispielsweise sein Ohr verloren hat. Haut wurde wohl auch schon auf die Art und Weise repliziert, wobei da auch immer der Kern ist, Haut ist ja erstmal ein zweidimensionales Material, also kann man das wunderbar auch so anzüchten. Aber diese Sachen, also man hat eine funktionierende Mäuseniere beispielsweise schon umgesetzt, haben den großen Vorteil, dass sie nicht abgestoßen werden. Die Abstoßungsreaktionen waren bislang in den Versuchen gleich null, weil es eben die eigene DNA ist des Patienten. Naja, und so konnte ich dann eben organisches Material in Geometrie bringen. Naja, war ein bisschen eklig, habe ich an den Gesichtern gesehen. Gehen wir mal raus aus dem Körper. Wenn man jetzt so ein bisschen Prothetik benötigt, kann man die auch wunderbar anpassen. Und der nächste Schritt von den Leuten, die wirklich darauf angewiesen sind, es gibt da ja auch schöne Beispiele von Fablabs beispielsweise aus Indien, die ja Prothesen für Kinder gemacht haben, die in der Lage sind mitzuwachsen und so günstig sind, weil sie auf einen 3D-Drucker umgesetzt wurden, das Plastik kostet ja nichts, also jeder weiß, wie günstig Plastikartikel für sich genommen sind, dass diese überhaupt erst erschwinglich werden für die Kinder da vor Ort oder auch für die Erwachsenen. Aber Kinder sind natürlich immer in den Videos aufmerksamkeitserregender, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und natürlich ist es auch toll, wenn man denen helfen kann. Die haben sich jetzt hier in diesem Projekt darauf konzentriert, vor allen Dingen was für das Selbstwert der Leute zu machen, die eben mit Prothesen leben müssen. Haben gesagt, naja, warum müssen Prothesen immer langweilig aussehen und immer von der technischen Seite her getrieben sein? Bringen wir doch mal Ästhetik da mit rein. Und haben ein Geschäftsmodell etabliert, wo sie dann entsprechende Prothesen entwerfen für diejenigen, die das benötigen, vor allen Dingen Abdeckungen dafür. Die werden dann im Naser-Sinter-Verfahren erzeugt aus dem Kunststoff, sind sehr elastisch, sehr stabil, sehr haltbar. Und dennoch haben die jetzt aber, also macht die Arbeit nicht nur der Computer, die haben erstmal die Arbeit, dass sie die Modelle natürlich erstellen müssen, das aus dem Pulver entsprechend rausnehmen müssen. Aber die haben dann auch noch Leder-Applikationen da dran, Gravuren und so weiter. Also ist da dennoch auch noch eine handwerkliche Tätigkeit mit bei. Und das Schöne ist, hier sieht man zum Beispiel so einen 3D-Scan, wie die Beine dann vermessen werden, dass das wirklich individuell auf den Patienten abgestimmt ist. Es gibt auch ein Start-up, was sich jetzt gerade um Einlegesohlen für Schuhe bemüht und noch ein weiteres, das hatte ich vorhin noch kurz, bevor ich hier hingekommen bin, gelesen, mit drei Millionen Pfund von der EU gefördert, wo es auch um das Thema Einlegesohlen geht oder überhaupt individualisierte Sohlen. Wenn man das Ganze jetzt aus der orthopädischen Perspektive betrachtet, will man natürlich erst denen helfen, die schon eine Schädigung erfahren haben. Wenn man das jetzt aus, ja vor allen Dingen Sicht der Frauen und dem Hobby Schuhe kaufen betrachtet, dann heißt das, die High Heels müssen nicht unbequem sein. Das wäre ja schon mal was. Also wenn man sich vorstellt, dass das alles komplett dann auf den Fuß eingemessen und gedruckt werden könnte und nicht mit dieser sehr simplen und vereinfachten Geschichte der Schuhgröße, die ja ganz gerne auch mal nicht richtig stimmt, bemessen wird, dann kann das auch schon zum Komfort von jedem Einzelnen beitragen. Das, was man halt jetzt nur machen kann, die Technologie ist da, wie sieht das Geschäftsmodell aus, welches Problem löse ich konkret mit meinem Geschäftsmodell, um dann tatsächlich daraus auch wieder ein veritables Business für mich abzuleiten und tatsächlich auch einen Fortschritt zu erreichen. Hier nochmal eher was aus der Richtung faszinierend. Das ist der Nachdruck einer Stradivari. Es klingt wie eine Geige und sieht auch noch so aus. Und das Ganze ist auch in diesem Laser-Sinter-Verfahren erstellt worden. Auch da glaube ich nicht, dass das Handwerk des Geigenbauers deswegen noch mehr leidet, als es vielleicht schon gelitten hat. Aber günstige Einstiegsgeigen kann man mit Sicherheit dann sehr wohl auf so einem Drucker erstellen oder eben Replikate. Ich glaube sogar, dass dann die handgemachte, traditionell hergestellte Geige im Wert steigt, weil Leute sich bewusst abheben wollen gegenüber den Kunststoffgeigen, die aus dem Drucker fallen. Das ist ja eigentlich immer üblich, dass dann so Gegenreaktionen auch entstehen auf dem Markt. Hier das Beispiel für die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe in einem Objekt und auch Farben. Also diese ganzen Bubbles, die man hier sieht, sind im Polyjet-Verfahren gedruckt worden. Nicht in der gesamten Größe, weil die Drucker nicht so groß sind, sondern dann quasi als Kacheln, die zusammengesteckt wurden, was dann aber nicht zu sehen ist. Und das Ganze hatte den Hintergrund, dass diese Bubbles erstmal natürlich jetzt in der Farbe variieren und so weiter und so in einem Prozess hergestellt werden konnten. Hier sieht man, wie das Gerät das produziert. Aber auch, dass diese Bubbles in ihrer Elastizität so abweichen, dass sie angepasst sind an bestimmte Soundfrequenzen. Also dieser Chair, den die Frau Oxman entworfen hat, der ist in der Lage, bestimmte Frequenzen auszublenden und dadurch eben nochmal so einen besonderen Cocooning-Effekt zu erzielen, wenn ich da drin bin, dass eben entsprechend Schallwellen absorbiert werden und eine besondere Haptik auch erzielt wird, wenn ich mich da reinsetze. Also ein nettes Experiment, um die Materialien oder die Möglichkeiten abzuwägen, die mit den unterschiedlichen Materialien und Technologien so möglich sind. Keramik geht auch, hatte ich vorhin ja schon angesprochen. Hier wird das mal in dem gesamten Prozess gezeigt, wie das dann auch dennoch weiterhin gebrannt werden muss, glasiert werden muss. Also es sind weiterhin handwerkliche Arbeitsschritte notwendig, aber es gehen halt komplexe Geometrien. Hier mit diesen Verzierungen kommt das halt so aus dem Drucker und muss dann eben nur noch gebrannt werden und so weiter. Aber ich denke, dass da trotzdem eben ein traditionelles Handwerk daneben Bestand hat, eben um sich gegenüber anderen Produkten abzuheben. Und noch ist auch der Preisvorteil zu einer Serienfertigung nicht gegeben. Aber wenn ich was hochindividualisiertes haben möchte, beispielsweise wieder die von mir gern zitierte Hochzeitspaar auf der Torte, diesmal aus Keramik, damit der Kopf nicht abgebissen werden kann, kann ich mir halt so machen lassen. Da geht natürlich dann entsprechend auch jetzt nicht Farbe, dann muss dann doch wieder einer kommen und ganz traditionell malen. Aber hier sieht man ganz schön, wie der Prozess abläuft. Ich habe dieses Pulverbett, in dem selektiv nur dieses Pulver miteinander verbunden wird, was hinter das Objekt ergeben soll. Der Rest wird rundherum weggepinselt, ist natürlich jetzt auch noch fragil, deswegen geht sie da sehr vorsichtig mit um, saugt den Rest rundherum weg und wenn das dann abgeschlossen ist, dann kommt es entsprechend in den Brennofen, wird dann noch glasiert, nochmal gebrannt. Also die üblichen Verfahrensweisen bei Keramik, die gelten dann natürlich weiterhin. Und so sieht man eben auch, es sind nicht eierlegende Wollmilchsäue, es sind unterschiedliche Geräte für unterschiedliche Anforderungen, wo man aber auch noch viel im Prozess machen kann und wo man vor allen Dingen eben auch viel im Geschäftsmodell sich noch einfallen lassen kann. Denn gerne werden diese Geräte von sehr technikaffinen Menschen gemacht, um einfach die Möglichkeiten der Technik auszuloten. Und das heißt, da ist noch genug Raum für den pfiffigen BWLer sich zu überlegen, ja und wie verdient man jetzt damit Geld. Da denkt der Techie meistens nicht dran. Ist ihm auch relativ egal. Eine andere Möglichkeit, wenn es ein bisschen größer werden soll, Häuser. Da gab es einen Bericht, der relativ groß die Runde gemacht hat, zumindest in diesen ganzen 3D-Druck-Communities. Ich befinde mich natürlich auch in einer Blase, insofern weiß ich nicht, wie weit das auch den Endverbraucher erreicht. Aber da wurden jetzt Häuser gedruckt, auch relativ simpel in der Geometrie. Das hier ist auch ein schönes Projekt aus den Niederlanden. Die haben in alten Seekontainern Drucker reingebaut. Hier sieht man jetzt die Miniaturen, die die auf ihrem 800 bis 1200 Euro Drucker gemacht haben, so wie ich halt auch einen habe. Und erstmal getestet haben, unterschiedliche Wandstrukturen. Das ist so ein kleiner Drucker. Und haben sich überlegt, naja, in groß wäre das jetzt auch ganz nett. Da kommt er in groß an. Und bauen jetzt halt aus den Elementen, die da drin entstehen, da passt natürlich jetzt nicht ein ganzes Haus rein, aus recyceltem Material, was wir oben als Granulat einfüllen, dann hier in diesen Würsten, wie man sieht, auch recht grob aufgelöst usw. Also da quillt ja eher das Material, das ist jetzt nicht super slick, aber eben hinterher doch noch eine Wand, also ein Putz an der Wand hier oder eine Raufasertablette ist ja auch nicht glatt. So baut er dann halt das Objekt auf. Was dabei noch ganz interessant ist, man kann schon jetzt Auslässe und Führungen für Rohrleitungen, für Elektrokabel usw. voll mit reinplanen und auch schon von dem Gerät mit umsetzen lassen. Und beispielsweise die kann man hinterher mit dem dämmenden Material ausfüllen. Sei es eine Zellulose, die reingeblasen wird, das ist ja ein Verfahren, was heute auch schon konventionell in der Dämmtechnik hin und wieder eingesetzt wird, weil es als recht ökologisch gilt. Oder einfach mit Schaumstoff aussprühen, wenn man sagt, naja, Öko ist mir egal. Aber letzten Endes kann ich dann so ein Haus aufbauen, was komplett gedämmt ist, wo die Rohrleitungen drin laufen. Und selbst Obama hat sich das Ding bei seinem Niederlande-Besuch angeschaut. Und also der hat ja auch neulich irgendwie so ein Förderprogramm ausgerufen für die USA, wo jetzt nochmal richtig Geld investiert wird in Forschungseinrichtungen usw., weil er eine große Zukunft im 3D-Druck sieht. Eine der ersten Überlegungen, überhaupt 3D-Drucker zu entwerfen, war Waffenteile direkt hinter der Front, Ersatzteile zu produzieren, wie das meistens so ist. Aber unsere Bratpfanne kommt ja auch aus dem Weltall. Das ist eine andere Variante in Beton. Die Chinesen haben entsprechend auch einen Betondrucker. Die Chinesen klingt natürlich auch super. Also in China haben auch Leute einen Betondrucker entworfen, der allerdings etwas anders arbeitet. Hier ist das Interessante, dass die direkt schon sagen, wir machen die Außenwand, die Innenwand und dazwischen die Stützstruktur, haben halt auch wieder eine Hohlkammer, können darin arbeiten, wie das jetzt mit Wärmebrücken ausschaut. Ich bin kein Bauingenieur und darf mich da enthalten. Aber grundsätzlich ist es schon ganz faszinierend, dass dann so eine Mauer entsprechend da rauskommt. Dass die jetzt gerade gerade drucken, ist eigentlich unter den Möglichkeiten des Geräts. Also man sieht auch, glaube ich, gleich noch eine geschwungene Wand. Damit sind natürlich auch andere Geometrien möglich. Und das ist jetzt gerade ein relativ junger Versuch, überhaupt mit 3D-Druckern Gebäude umzusetzen. Es gibt noch eine andere Variante eines Italieners, der auch längere Zeit von der NASA mitgefördert wurde, der aus Staub druckt. Also ähnlich, wie ihr das gerade eben in Keramik gesehen habt. Das ist aber in XXL riesengroß. Und die Idee der NASA dahinter war, aus Mondstaub unmittelbar Gebäude zu erstellen. Also mit dem Material vor Ort, Sand, Staub usw. zu arbeiten und das dann entsprechend zu nutzen, um Gebäude zu erstellen. Ein schönes Kunstprojekt auch, kommt von einem Berliner, meine ich, der in der Wüste mit der reinen Sonnenenergie Sand aufgeschmolzen hat. Also der hat dann, immer wenn er eine Lage fertig hatte, einmal mit dem Rakel über den Sand gezogen, eine neue Schicht aufgetragen und durch eine riesengroße Linse das Licht so gebündelt, dass er dann Sand ausschmelzen konnte. Die Skulpturen sind jetzt nicht sonderlich präzise, sehen aber auch schon wüst und nett aus. Und er saß halt unter so einer kleinen Rettungsdecke, damit die Sonne ihm nicht den Laptop grillt, und hat das Ding bedient und hat sich mal einen Tag in der Sahara aussetzen lassen, um das zu machen. Funktioniert halt auch. Also wie gesagt, Ideen gibt es da noch genug. Naja, aber wie ich schon sagte, der 3D-Drucker ist nicht die eierlegende Wollmilchsau und ist das denn jetzt eigentlich ein Maker? Warum interessiert einen überhaupt dieser Begriff Maker usw.? Nee, der 3D-Drucker ist nur ein Werkzeug, was besonders viel Aufmerksamkeit erhält, weil es auch besonders viel Potenzial noch birgt und damit für den Maker ein sehr relevantes Werkzeug sein kann, sein wird, auch schon ist. Aber die Merkmale der Maker-Bewegung hat Chris Anderson in seinem Buch zusammengefasst. Ich habe das mal so frei adaptiert. Der erste Schritt, der den Maker unterscheidet von unserem Großvater, der im Keller gebastelt hat und da irgendwie mit einer kleinen Drehmaschine rumgemacht hat oder was gefeilt hat, Feilmechanik gemacht hat, irgendwas entworfen, gezeichnet hat, ist der digitale Entwurf. Und der birgt besonders großes Potenzial, weil er einerseits natürlich leicht veränderbar ist, aber vor allen Dingen ist er leicht zu teilen. Und da kommt noch mal ein ganz besonderer Aspekt hinzu. Ich habe eben die Möglichkeit, wenn mein Entwurf digital ist, ihn über das Internet zu verbreiten. Also diese Möglichkeiten des Internets, Abundance, also kompletter Überfluss, weil Datentransfer entsprechend günstig ist, mit zu transferieren in die dingliche Welt, in wirklich Gegenstände, die ich in die Hand nehmen kann. Und das ist eigentlich das Paradigma, weswegen man sich überhaupt für das ganze Thema einen eigenen Begriff hat einfallen lassen und diesen Maker gekennzeichnet hat. Weil Leute, die irgendwas entworfen haben und gebaut haben, gab es ja schon immer. Aber die Besonderheit liegt eben jetzt darin, dass ich diesen digitalen Entwurf nehmen kann, über das Internet verbreiten kann, da mit anderen gemeinsam daran arbeiten kann, an einem Entwurf, andere dann weiter innovieren können und dabei auch so eine Art Remix-Kultur entstanden ist, die vorher in der Musik natürlich bekannt war, dass man eben Titel genommen hat und dann Bootlegs davon erstellt hat, Remixe gemacht hat, was ja auch immer einfacher geworden ist, weswegen ja heute jeder DJ sein kann und auch gerne möchte anscheinend. Aber diese Sache überträgt sich eben jetzt auch aufs Gegenständliche. Und was dann wiederum eine Besonderheit ist, wenn ich das im digitalen Modell habe und jetzt natürlich auch schon mal einen ganzen Entwicklungsprozess beschleunigt habe, einen viel besseren Eindruck davon habe, wie ist eigentlich insgesamt der Stand der Technik. Ich muss mich nicht durch Normen wälzen oder sonst was die entsprechend lang brauchen, bis die aktualisiert wurden und so weiter, sondern die Community sagt, direkt, das gibt es schon und zack, kann ich wieder weiter innovieren. Ist dann aber der Punkt, wie geht es denn tatsächlich in die Fertigung und da kommen eben solche Maschinen wie unter anderem der 3D-Drucker zum Tragen. Dateistandards sind ganz wichtig, denn sonst bringt mir der Austausch natürlich nichts. Aber dann eben die computergesteuerte Fertigung. Die muss nicht zwingend computergesteuert sein, aber dann kann ich eben sagen, ich verschicke diesen Clip, der besonders gut dafür geeignet ist, dass meine Einkaufstasche am Lenker vom Fahrrad hält, ohne dass ich irgendwie da aus dem Gleichgewicht komme. Ist zum Beispiel so ein Produkt, was dann tatsächlich auch gefoundet wurde, ob sinnhaft oder nicht, ich sei jetzt mal dahingestellt, ich fahre kein Fahrrad. Aber das kann ich dann rüber schicken und jemand in New York kann es sich genauso drucken wie jemand in Zimbabwe, wenn er einen 3D-Drucker hat, wie jemand in Indien, Tokio, Berlin, egal. Er drückt auf Print, es kommt raus, wenn er seinen 3D-Drucker im Griff hat. Und das wird halt auch immer besser. Und schon hat er das Teil, spätestens nach einer Stunde, nimmt es in die Hand und benutzt es. So, und dadurch ist natürlich auch ein entsprechendes Potenzial dahinter. Beispiele, wozu das dann führen kann. Das ist hier, man sieht jetzt nur einen Ausschnitt, aber einer der ersten Open Source 3D-Drucker ist im Kern mit in Wien, in einem damals noch Hackerspace entstanden, also da, wo die Jungs sich treffen zum Programmieren, rumnerden und mit LEDs klinken lassen und so. Und die haben sich überlegt, naja, wie kann ich jetzt einen 3D-Drucker günstig bauen. Die Patente liefen nämlich so langsam aus. Und wie man sieht, ist hier drin Hartfaserplatte verbaut, die es im Baumarkt gibt, mit dem Lasercutter geschnitten. Hier oben Acrylglas, jetzt auch nicht unbedingt das widerstandsfähigste Material. Hier außen auch Sperrholz. Und relativ simple Komponenten. Und das, was bei diesem Drucker dann am Ende rauskam, bei dieser Beethoven, ja, nett, ne? Also da muss man schon technikfasziniert sein, um das richtig toll zu finden. Aber diese Firma hat dann nach, ja, ich glaube ein, zwei Jahren, wo die mit der Community zusammen ganz viel rumentwickelt haben, gesagt, Edgy Badge und jetzt machen wir es Closed Source. Ab jetzt ist es nur noch kommerziell erhältlich. Die alten Baupläne sind natürlich weiterhin frei da. Das ist ja immer so die Bedingung bei dieser ganzen Open Source Thematik. Aber das Produkt, was wir jetzt anbieten, davon legen wir die Pläne nicht mehr offen. Fand die Community nicht so witzig, aber wie das halt so ist, ich meine, beim NSA-Skandal hat sich auch keiner so richtig, richtig beschwert. Und genauso ist es da auch. Also ein paar Leute schimpfen, kann einem aber egal sein, man hat ja Geld verdient. Moralisch ist das ein anderes Thema. Naja, und das ist jetzt die aktuellste Iteration von diesem MakerBot Replicator. Ist nicht das beste Gerät auf dem Markt, hat den Jungs aber immerhin beschert, dass, ich glaube, 3D Systems oder Stratasys, einer von den Branchenriesen wiederum, für 300 Millionen die Firma aufgekauft hat. Das ist ein netter Exit. Zumal, wenn man rechnet, wie viele Geräte die verkauft haben bis dato, in den drei Jahren oder vier Jahren Firmenexistenz, konnten die eigentlich maximal einen Umsatz von 10 Millionen gemacht haben. Aber das ist jetzt was für BWLer, ich muss das nicht verstehen. Da wird ja nach Potenzial gekauft und so. Naja, aber das kann dann eben auch aus sowas entstehen. Und womit die angefangen haben, war vor allen Dingen am Anfang, erst mal das Objekt aus Spaß zu entwerfen, natürlich auf eine breite Ressource zuzugreifen. Also auf jeden, der Lust hatte, mitzuentwickeln, konnten sie zugreifen als Entwickler. Die Leute haben das auch bereitwillig gemacht, weil sie danach ja auch immer ihr Gerät, was sie dann zu Hause mitgebaut haben, in einem besseren Zustand wieder fanden, weil jemand wieder eine bessere Komponente dazugeliefert hat und so weiter. Und haben dann angefangen, Bausätze zu verkaufen. Was übrigens das Klügste ist, wenn man komplexe technische Objekte hat, weil darauf keine CE-Kennzeichnung erfolgt. Da haben wir mal alle ganz viel Angst in Deutschland, wenn man Produkte auf den Markt wirft. Das ist ja das Schöne bei Internet, da brauche ich sowas nicht. Da habe ich mich mit Medienrecht und so weiter rumzuschlagen. Aber so eine CE-Kennzeichnung ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie sie klingt. Sie nervt aber, weil man eine Dokumentation erstellen muss. Aber sie hat halt auch den Sinn von Produktsicherheit in Europa, der sehr erstrebenswert ist. Wenn ich aber einen Bausatz verkaufe, ist der verantwortlich für das CE-Kennzeichnung, der es zusammenbaut. Wenn es ein Privatmann ist, kann es ihm egal sein, eigenes Risiko. Wenn er eine Firma hat, muss er sich selber drauf geben, macht keiner. Aber auf jeden Fall habe ich diesen Ärger erstmal nicht. Und ich kann schon relativ früh starten, Geld zu verdienen und damit was zu machen. Ein weiteres Beispiel für solche Open-Source-Entwicklungen oder eben Dinge, die man irgendwie auch mit zur Maker-Kultur rechnet, ist dieses Auto von Local Motors. Rallye Fighter nennt sich das. Also das ist jetzt nur ein Teil davon. Diesen Bausatz kann man bestellen. Der kostet, glaube ich, 20.000 Dollar. Dann hat man die Komponenten. Für 45 kriegt man noch Motor und so weiter dazu. Und dann kann man nochmal 20 investieren für Chassis. Also man kann auch den kompletten Bausatz für 90.000 Dollar kaufen. Aber man kann sich auch die Pläne runterladen und alles nachbauen. Wer das durchrechnet, wird sich den Bausatz kaufen, wenn er die Kohle dafür hat. Aber das vor allen Dingen Entscheidende daran ist, wenn ich sage, ich zerlege jetzt mal meinen Golf und baue mir ein neues Chassis außenrum, dann muss ich, glaube ich, alle Kunststoff-Clipse zwangsläufig kaputt machen, weil ich einfach nicht weiß, wo sie sitzen und wo ich mit der Kraft ansetzen muss. Und es ist auch nicht so leicht, VW hat das nicht so gerne, wenn man jetzt guckt, wo diese ganzen Nupsis sind und das jetzt zu veröffentlichen, damit ich mir meine Kunststoff-Bauteile nicht kaputt mache, denn es soll ja in ihre überteuerte Vertragswerkstatt laufen. Also habe ich da so ein kleines Problem. Bei der Karre kann ich sagen, mein Chassis nervt mich, ich weiß aber, wo alle Befestigungspunkte sind, ich ziehe mir ein neues rundherum und baue es. Und das, was in der Community jetzt rundherum passiert, die haben dann nämlich auch eine Website dazu aufgesetzt ist, dass einer sagt, ja, ja, ich kaufe mir das Chassis und mache dann, beziehungsweise ich kaufe mir den ganzen Rahmen und mache mir die Karosserie dann entsprechend in der Form. Oder ich habe Lust auf irgendwas Porsche-Ähnliches. Und da gibt es noch zig weitere Beispiele, kann man sich anschauen, ist von Amis initiiert, ein militärisches Fahrzeug ist auch im Programm. Derzeit allerdings auch nur so aus einer Kohlefaserhülle, also da geht die Kugel noch durch, aber sieht schon sehr militärisch aus. Ein anderes Thema war diese Open-Source-Entwicklung, wikispeed.org. Die haben bei einem Wettbewerb mitmachen wollen, ein Auto, was mit 1,5 Liter 100 Kilometer fahren kann. Und das ist ihnen in drei Monaten gelungen, mit 44 Leuten, die in vier Ländern verteilt gearbeitet haben. Und damit haben sie einen funktionierenden Prototypen aufgebaut, für relativ schmales Geld auch noch. Also eine recht beeindruckende Kiste. Hier sieht man das Ding dann entsprechend fertig. Über Design und so weiter kann man da streiten, aber wenn ich mir denke, in drei Monaten baue ich das Ding auf und wenn mir diese Karosserie nicht gefällt, baue ich mir halt eine andere, ist mir ja egal. Also sie sagten, in drei Tagen haben sie halt die Karosserie gebaut, mit vier Leuten oder sowas, nachdem sie einen Workshop belegt haben, wie arbeite ich eigentlich mit Kohlefasermatten. Aber dass ich mir dann so ein Auto bauen kann, was ein Fünf-Sterne-Crash-Test-Ergebnis fährt, nicht schlecht. Und was dann so wenig verdient, so wenig verbraucht, meine ich. Das, was die verdient haben, ist halt ein Hobbyprojekt jetzt von denen gewesen. Mittlerweile sind es über 120 Leute, die das machen, auf noch mehr Länder verteilt. Und das haben die halt nur über die Möglichkeiten, ich entwerfe digital, ich teile es online, ich diskutiere online darüber, ich tausche die Modelle aus, und der, der es am besten fertigen kann, der fertigt dann eben die Teile, realisieren können. Und die haben natürlich ihren Entwurf, also da steckt noch eine ganze Menge mehr hinter, auch der Lean-Gedanke, der eben auch aus dem Software-Bereich kommt, der übertragen wurde hier in die gegenständliche Welt, der modulare Gedanke, dass ich alles an diesem Auto austauschen kann, die meinten halt, ich kann das Ding von einem Benziner auf einen Elektromotor umrüsten, in der Zeit, wie sonst ein Reifenwechsel vollzogen wird. Das sind auch noch so Produktionsprinzipien, die überhaupt das ermöglicht haben. Aber die Basis dahinter ist eben genau das, was auch von der Maker-Bewegung die Basis ist. Ich habe die Möglichkeit, digital zu entwerfen, das Ganze zu teilen und dann zu produzieren auf computergesteuerten Maschinen oder eben auf sehr günstigen Maschinen. Hier sieht man übrigens diese modulare Bauweise. Also es sieht ziemlich simpel aus, muss ich gestehen, von innen und die fünf Sterne, naja. Aber Sie sagen, es funktioniert. Ich habe es nicht geprüft. So, wie finanziere ich den ganzen Spaß? Also auch so ein Auto kostet ja Geld und wenn ich mir das hole, ja, die Frage ist ja, für was? Also was muss ich denn jetzt eigentlich noch finanzieren? Denn wenn ich mir diese Merkmale eben entsprechend anschaue, der digitale Entwurf kostet mich kein Geld. Gut, ich brauche einen Rechner, aber wer hat den heute nicht? Wenn wir jetzt in Entwicklungsländer gehen, ist das ein anderes Thema. Da kann ich aber mit einem Rechner dann eine entsprechende Explosion auch auslösen, mit einem. Aber grundsätzlich habe ich den Rechner. Ich habe Zugang zu der Software. Ich kann freie Software nutzen. Ob das die Beste ist, die ich auf dem Markt kriege, ob das die Schönste ist, die zu bedienen ist. Also jeder, der mal mit Gimp gearbeitet hat und mit Photoshop, der wird sagen, Photoshop. Aber Gimp war umsonst und Photoshop kostet 600 Euro oder jetzt in der Creative Cloud nicht 30 Euro im Monat. Also, naja. Es geht halt umsonst und ich habe damit grundsätzlich erstmal auch die Möglichkeiten, die ich mit den teuren Tools habe. Manchmal nicht so elaboriert, nicht so schön, aber es geht. Der andere Punkt sind diese Communities. Kosten mich die Geld? Nö. In der Regel ist das so getragen, dass die Leute entweder das aus dem Hobby heraus machen und einfach die Arbeitslast verteilen auf viele Personen, wodurch das dann möglich wird. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das Werbe zu finanzieren. Immer wenn die Leute dann noch so ein Businessmodell im Hinterkopf haben, fangen sie an, witzige AGBs zu schreiben. Also MakerBot betreibt zum Beispiel die Plattform Thingiverse, wo ich Datenmodelle hochladen kann, die ich mir dann wieder zum Druck runterladen kann. Und wenn ich etwas hochlade, überschreibe ich denen die Rechte an dem Objekt. Blöd. Wissen die wenigsten? Die, die es wissen, finden es total doof. Deswegen ist jetzt auch verteilt auf der Welt überall die Überlegung, nicht mal eine konkurrierende Plattform aufzumachen, die das entsprechend schöner löst. Also da gibt es auch so ein paar Dinge, die man schöner an der Plattform lösen kann. Naja. Aber bislang haben die das halt auch noch nicht genutzt. Also man hat immer so ein bisschen Evil im Hinterkopf. Das ist wie mit Google. Noch machen sie ja nichts Böses mit den Daten. Sie schießen einen halt nur mit Werbung dicht. Aber sie können es halt tun. Oder wir merken es einfach noch nicht. Und der andere Punkt ist, Dateistandards müssen jetzt auch erstmal noch kein Geld kosten. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, wo es anfängt Geld zu kosten. Nämlich da, wo ich Material einsetze. Da haben wir begrenzte Ressourcen. Also fängt es an Geld zu kosten. Das gilt sowohl für das Werkzeug als auch für das Material selber, was ich verbaue. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, das Ganze eben sehr schmal zu halten. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich mir dieses Auto bauen will, mir deswegen eine Automobilmanufaktur aufbauen muss. Die hat man ja nur, weil man es in Serie fertigen will. In jeder Kfz-Werkstatt wäre ich grundsätzlich auch in der Lage, mir ein komplettes Auto zu bauen, weil West Coast Customs irgendwie bei Pimp My Ride geguckt hat. Der weiß es so. Das geht halt auch mit einer normalen, handwerklichen Werkstatt. Aber manchmal geht es sogar mit noch weniger, weil diese Entwürfe, die aus der Online-Community kommen, meistens auch dahingehend gestaltet sind, dass man sie mit sehr wenig Werkzeug umsetzen kann, weil die Leute es in der Regel auch einfach nicht haben. Naja, und die andere Möglichkeit ist natürlich, mir entsprechende Finanzierungen zu organisieren. wenn ich jetzt skalieren will, vor allen Dingen, wenn ich skalieren will. Meistens brauche ich dafür, zumindest wenn ich über das Crowdfunding gehen möchte, dann entsprechende Prototypen, um den Leuten auch was Funktionierendes zeigen zu können. Wem ist Crowdfunding kein Begriff hier? Super. Hoffnung ins Bildungssystem. Das hier ist beispielsweise so einer der erfolgreicheren Kampagnen bei Kickstarter, ein sogenannter Sterilithographie-Drucker. Ich hatte ja vorhin mal darüber gesprochen. Also hier unten ist so ein Harzbecken drin, da oben kommt ein Laser und macht dann, nee, von unten kommt der Laser und erzeugt dann das Objekt. Die haben knapp drei Millionen Dollar eingesammelt und damit quasi ihre Drucker im Vorfeld verkauft. Und erst zum Zeitpunkt der Skalierung, erst als sie skalieren wollten, als sie mehr davon rausbringen wollten und das Geld dafür benötigten, weil die Serienfertigung meistens das ist, was eben das große Geld verschlingt, weil dann auf einmal Formteile produziert werden müssen und so weiter, Automatisierungsstrecken eingerichtet werden müssen, kostet alles Zeit und Geld. Da sind sie halt in die Kickstarter-Kampagne gegangen und haben die erfolgreich gefoundet und konnten damit dann auch ihr Unternehmen entsprechend aufbauen. Also man kann halt durch diese ganze Maker-Überlegung, die ganze Idee dahinter, eben sehr schlank anfangen, um dann hinterher auch peu a peu zu wachsen. Und MakerBot hat es ähnlich gemacht, um dann letzten Endes zum 300 Millionen Exit zu gehen. Ob sie da einen Exit hätten fahren müssen, weiß ich nicht, mussten sie mit Sicherheit nicht, aber war halt auch verlockend. Mit 300 Millionen kann man eine ganze Menge tun. Ein anderes Beispiel hier aus Deutschland ist diese Panoramic Ball Cam. Wer kennt die? Das ist auch die hier und so hoch, was die diese Bilder machen. Genau, genau. Also diese ganzen Knöpfe, die man hier sieht, sind in Wirklichkeit Kameras. Das Ding wirft man hoch, kann man so einstellen, dass das genau am Wendepunkt ist. Die Beschleunigung gleich null, sagt der Ingenieur. Dadurch weiß das Ding, okay, jetzt muss ich auslösen, schießt einmal komplett in die Runde und dadurch habe ich hinterher eine 360-Grad-Panorama-Ansicht von dem Ding. Der hat, glaube ich, mittlerweile die zweite Indiegogo-Kampagne, das ist ja eine Berliner Crowdfunding-Plattform, und hat da auch ganz gut eingesammelt. Also die ist jetzt gerade auch erst im, wo steht es? Ich glaube, im Januar ist die erst ausgelaufen, 2014. Der hat vorher auch schon mal eine gemacht, meine ich, und jetzt geht es halt in die zweite Version, arbeitet jetzt auch mit Olympus wohl zusammen. Also ich habe selber mal geguckt, es ist unglaublich schwer, in diese Kameralinsen dran zu kommen. OEM. Weil in jedem Handy ja was Besseres verbaut ist, als in der Webcam und so weiter, und man kommt an die Dinger nicht dran. Das ist echt schwierig. Aber irgendwie muss er deswegen wahrscheinlich das mit Olympus eingegangen sein, um an die Sensoren zu kommen. Naja. Aber auch ein Beispiel dafür, wie man eben aus einer Bastlerarbeit, glaube ich, Beta House Berlin irgendwie, hat man sich getroffen, ein bisschen rumgemacht, die 3D-Drucker von der Open Design City nebenan benutzt, dann hinterher hochskalieren kann und zu einem verkaufsfertigen Produkt kommen kann, was dann auch für einen Verbraucher tatsächlich zur Verfügung steht. Ich meine, ich kann mir so ein Ding bauen. Okay, schön. Habe entsprechend viel Geld versenkt, aber davon habe ich ja noch kein Geld verdient. So, wo mache ich jetzt diesen ersten Prototyp? Ich hatte es angesprochen. Der hat das mit dem Kernteam, glaube ich, von fünf Personen entwickelt, plus natürlich dann Partner, die hinzukommen. Ich meine, zumindest das Video, was sie gedreht haben, kann auch sein, nur, dass sie es für die Kulisse gemacht haben im Beta House Berlin. Und nebenan gibt es da die Open Design City, einen Fab Lab, etwas anders strukturiert, als wir hier in Köln mit der Dingfabrik, aber eben so eine offene Werkstatt. Ich kann es natürlich auch zu Hause machen, aber wenn ich jetzt noch keinen 3D-Drucker habe, noch keinen Laserkatter habe, noch nicht mal eine Säge oder einfach den Dreck nicht zu Hause haben will, dann gibt es eben die Möglichkeit, in offene Werkstätten zu gehen oder in Fab Labs oder in Tech Shops. Das sind so drei Begriffe. Die Dingfabrik ist so eine Mischung zumindest aus zweien. Tech Shops sind zwar eher weniger. Wir sitzen halt seit 2010 hier in Köln und betreiben so einen offenen Ort mit Maschinen. Und diese Grundidee des Fab Labs kommt vom MIT, die sich mal überlegt haben, wie komme ich eigentlich vom Bit zum Atom und das ist letzten Endes das computergesteuerte Fertigen. Da bin ich ja schon auf dem Prozess ein paar Mal drauf eingegangen und in Fabrication Laboratories, Abkürzung Fab Lab, da will man eben genau die Möglichkeiten dieser Maschinen ausloten, die Laien näher bringen, die Bedienbarkeit erhöhen, die Maschinen weiterentwickeln. Klingt mal mehr, mal weniger gut, je nach Fab Lab. Die Kernmaschinen, die meistens dann da sind in solchen Fab Labs, sind eben 3D-Drucker, Laser Cutter. Laser Cutter, wer gesagt hat, nix. Okay, plus 10% Toleranz, die den Arm gerade nicht hin. Also letzten Endes schneidet das Ding 2-dimensional Sachen zu, funktioniert von der Bedienung wie ein Drucker. Ich brauche nur Vektordateien, also so ein normales Bild aus dem Internet reicht jetzt nicht. Das kann man aber wieder leicht umwandeln. Und so kann ich dann mir 2-dimensionale Sachen ausschneiden, die hinterher wieder zu was 3-dimensionalem zusammenbauen, wenn ich das denn möchte. Also auch ein ganz nettes Gerät. Unüblich sind auch CNC-Fräsen, die sind dann schon wieder ein bisschen komplexer. Damit könnte ich dann aber auch 3-dimensionale Sachen machen. Beispiele habe ich gleich auch noch. So, das Ganze ging halt 2010 los. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, haben uns damals aus dem Bedarf heraus gefunden, so einen offenen Talk gemacht. Da waren dann 20 Leute da und die haben am Ende dieses Talks gesagt, ja, Google Map, irgendwie Orte sammeln, wo man jetzt basteln kann, alles dumm Zeug. Wir sind genug lassen, Verein gründen. Fand ich damals interessant und mutig. Und interessant, also, naja, dann hatten wir noch einen riesengroßen Vorteil. Wir haben einen Ort gehabt. In St. Pauli haben die, glaube ich, drei Jahre gebraucht, um einen zu finden. Mietsituation Hamburg, kennt man ja dank Spiegel TV. Das Know-how rund um so eine Vereinsgründung, auch nicht schlecht, wie bei einer Unternehmensgründung auch. Man hat immer so ein bisschen Angst vor Deutschland und den ganzen vielen Regeln. Braucht man aber meist gar nicht haben. Da ist mehr gesunder Menschenverstand hinterher, als man glaubt. Und dann hatten wir auch das Engagement und auch die richtigen Leute tatsächlich beisammen. Das weiß man aber immer erst hinterher. Und so ist dann dieser witzige Bastelort hier entstanden. Das, was man natürlich am Anfang bekommt, also auch so ein 3D-Drucker kostet als Bausatz um die 1.000 Euro. Man kann das deutlich günstiger haben, man kann es deutlich teurer haben. Aber als wir angefangen haben, lagen die eigentlich so zwischen 800 und 1.000 Euro, die man einfach in die Hand nehmen muss, wenn man dann die Bauteile dafür einkaufen möchte, auch wenn man ihn dann selber baut. Beim Lasercutter sieht es noch ein bisschen anders aus. Das waren 5.500, die wir intern gesammelt haben. Und das hat man natürlich nicht von heute auf morgen. Aber das, was man ziemlich einfach kriegt, ist das Werkzeug, was die Leute in ihren Kellern übrig haben. Also haben wir erst mal angefangen mit eher offener Werkstatt, sodass man halt bei uns sägen konnte, hämmern konnte und so weiter. Da wurde es dann ziemlich schnell voll durch Werkzeugspenden und so Dinge. Sah dann auch entsprechend wüst und furchtbar aus. Die Elektronikecke, eine ganz wichtige Ecke für die Jungs bei uns, die das verstehen, was da passiert. Eine Nähecke hatten wir auch. Aber es waren halt alles so kleine Ecken. Und nicht wirklich angenehm. Und so konnten wir dann ein bisschen explodieren, sodass wir dann auch der Anforderung der Gruppe besser Genüge tun konnten. Aber das, was wir eigentlich zum damaligen Zeitpunkt schon waren, war eben diese Mischung aus FabLab, weil da war mittlerweile eine CNC-Fräse, ein Laser-Cutter, ein 3D-Drucker da, ein Hackerspace, weil da programmiert wurde, Dinge zerlegt wurden, denen auf den Grund gegangen ist. Aus dem Ganzen ist es ja auch das Repair-Café entstanden, was hauptsächlich für den ganzen medialen Rummel gesorgt hat, weil wir da die Ersten in Deutschland waren, einen Tag vor Berlin und München. Höre. Das hat uns eine Zeile im Spiegel beschert. Und dadurch haben die sich am Anfang an uns gewendet, jetzt machen sie es immer da, wo das Nächste ist. Das ist ja halt klar. Aber Köln ist eine Medienstadt, da kommen immer noch mal ab und zu welche. Offene Werkstatt, habe ich auch schon gesagt, also das ganze Handwerkliche und Handarbeitszeug. Makerspace meint dann eigentlich auch die Möglichkeit, daraus vielleicht zu gründen, ein komplexeres Produkt zu machen, nicht nur Teile umzusetzen, sondern auch ein komplexeres Produkt umzusetzen. Ob man es danach kommerziell vermarktet oder nicht, ist dabei eigentlich zweitrangig bei dem Begriff des Makers. Es zeigt aber auch das Potenzial, dass man es dann kann. Ja, und das ist unter dem Strich dann die Ding-Fabrik. Wir haben uns da nie so dogmatisch an einzelnen Begriffen festgehalten, das ist eher so eine Bestandsaufnahme. Wie gesagt, wurde zu klein, also haben wir alles in Kisten gepackt, in den LKW geschmissen und sind umgezogen nach Nippes. Da haben wir jetzt 500 Quadratmeter, die wir dann ein bisschen ausgebaut haben. Die Holzwerkstatt sieht jetzt schon etwas größer aus als das, was wir vorher hatten. Eine Metallwerkstatt wird gerade eingerichtet. Wir haben einen großen Workshop-Bereich, wo ich morgen vier Tage lang einen Schuhkurs mache. Ich freue mich schon darauf, meinen ersten eigenen Herrenschuh zu machen. Wird uns dabei gebracht. Und wir haben übrigens auch eine Ledernähmaschine aus der Schuhfabrik Roter Stern aus Leipzig. Die habe ich selber abgeholt. Naja, und so ist das halt auch jetzt schon ein Wüsterhaufen. Aber in diesem ganzen Boost an Ausstattung, eben drei Dehydroker 10C-Fräse, Standwohrmaschine, Kreissäge, die hat es mittlerweile zerlegt. Da haben wir eine bessere für Nähmaschinen und so weiter. Da kann man schon eine ganze Menge mit treiben. Die Vernetzung macht den Rest. Also beispielsweise haben wir eine Lastenradgruppe, die sich einmal die Woche trifft. Ich glaube, gerade sind die ein bisschen faul geworden. Da sind noch zwei übrig geblieben von den zehn am Anfang. Das waren auch nicht nur Mitglieder unseres Vereins, aber die bauen sich Lastenräder und das nicht bei uns, weil unsere Metallwerkstatt eben noch nicht so ausgebaut ist, sondern bei Jack in the Box auf dem alten Güterbahnhof kennen die meisten ja wahrscheinlich wegen des Nachtflohmarkts. Und diese ganzen Vernetzungen führen eben dazu, wenn die Möglichkeiten bei uns erschöpft sind, dass man auch hin und wieder mal dann auf andere Partner zurückgreifen kann. Und für Veranstaltungen oder für bestimmte Anfragen was machen kann. Also das DLR hat uns beispielsweise einen Umzug finanziert über die Kulturpartner organisiert. Das war ganz nett. Creative NRW hat uns jetzt neulich in so einen Buchbeitrag Innovationsökonomien reingebracht. Und wir haben mal gucken, wozu das alles führt. Am wichtigsten ist eigentlich immer noch mit der Verbund-offenen Werkstätten, wo man sich so mit den anderen Werkstätten über juristisches Zeug austauscht und auch Werkzeug tauscht. Wenn wir was übrig haben, geben wir das den anderen und kriegen eigentlich nie was zurück, weil wir auch nichts brauchen. Die haben ja auch alle nur Schrott abzugeben. So rostiger Hämmer und so. Zielgruppe, es ist jetzt nicht so, dass wir explizit auf eine Zielgruppe hinarbeiten. Das ist auch wieder eher die Bestandsaufnahme. Das sind halt die Techies, die irgendwie rumlöten und nerdigen Kram machen. Geeks verlaufen sich hin und wieder auch, also die, die die Technik konsumieren und Spaß daran haben, sie zu bedienen. Heimwerker hin und wieder, wenn es einfach nur darum geht, eine alte Kommode abzuschleifen und die zu lacken. Bastler, Origami und so weiter ist ein Thema. Fülzen, Designer verlaufen sich hin und wieder mal zu uns und Künstler genauso. Und naja, das sieht man eigentlich jetzt gleich, was so passiert. Es sind teilweise echt simple Sachen wie hier der Nistkasten-Workshop. Unser Schreiner freut sich jedes Jahr darauf, anderen Leuten zu zeigen, wie man Nistkästen freut. Er hat auch Bienennistkästen dann gemacht, die wiederum am, wie heißt das Ding noch mal, dieser Urban Garden am grünen Weg, der jetzt Gartenbahnhof Ehrenfeld ist. Für die wurden dann auch die Nistkästen bei uns mal gemacht in unserem Workshop. Origami-Bastelein hatte ich ja schon angesprochen, was übrigens super funktioniert im Matheunterricht. Also der Hans Werner, der das bei uns macht, der macht das auch mit Grundschülern und Leuten aus der Oberstufe zur Mathe-Nachhilfe. In Norwegen ist es verpflichtend im Matheunterricht, Origami, damit man Geometrie besser versteht. Funktioniert das sehr gut. Eier färben und so weiter. Also das ist weite Bandbreite, nicht alles Hightech. Das ist dann so das Geek-Treffen einmal im Monat vom Talkbot, wo die sich über Gadgets und so weiter austauschen. 3D-Drucker hatte ich schon angesprochen. Da haben wir jetzt nicht eine explizite User-Group zu, aber wir tauschen uns natürlich auch darüber aus, alleine schon, wenn das Ding mal wieder kaputt ist und irgendwas besser dran gemacht werden muss. Kommt halt auch hin und wieder bei den Geräten vor. Dann hatten wir einen Vespa-Reparaturkurs mit der speziellen Zielgruppe Frauen von zwei Frauen aus Frankfurt. Aber Männer durften auch teilnehmen. Ich fand das auch gut, dass wir nicht diskriminiert wurden. Wurde aber auch gerne angenommen. Lastenrad-Gruppe hatte ich schon angesprochen. So ein Hauch Öko ist auch immer mit hinten drin, wobei das nicht verpflichtet ist. Es gibt auch Leute, die halten auch von unserem Repair-Café nichts davon, auch wenn sie bei uns im Verein sind. Dann haben wir so Dinge des Monats, die wir immer so ausschreiben, um überhaupt mal darüber zu schreiben, was denn gebaut wird, weil die Leute das dann immer mitnehmen meistens. Also das ist mal was, was da geblieben ist. Eine Hobelbank, die sich dann einer gebaut hat, weil einfach vorher noch keine da war. Ein simples Gerät. Jemand anderes hat sich seine Lampe mit LEDs gemacht, die Prototypen gemacht. Also das ist auch ein Lasercutter entstanden in Kombination mit anderen Werkzeugen. LED-Beleuchtung. Das war für eine Kunstpädagogik-Studentin, die ein Spiel entworfen hat und auf der CNC-Fräse wurde dann dieses Spielbrett gefräst. Also die kam halt vorbei und wusste auch noch nicht so genau, wie es gefertigt werden sollte. Sie wusste nur, sie braucht diesen Prototyp und dann haben wir gemeinsam überlegt und das Ding an einem Abend umgesetzt. Das ist beispielsweise ein Hocker von einem Künstler, der hat den Prototyp bei uns gemacht, lässt das Ding jetzt, wenn eine Bestellung reinkommt, on demand bei einem Schreiner in Köln fertigen. Auch eine Möglichkeit, wenn man irgendwie sagt, naja, eigentlich habe ich keine Lust, Produzent zu werden. Upcycling-Projekte, was dann auf Kunsthandwerksmärkten verkauft wurde. Diese Lampe wurde in Workshops angeboten. Das steht in irgendeinem Park in Köln, Kunst am laufenden Meter heißt das, hat die Birgit bei uns umgesetzt und die Bretter dann vorbereitet und gelackt und so weiter. Dann machen wir auch so Kunstprojekte, die jetzt auch nicht unbedingt ins Gegenständliche gehen. Also hier haben wir an der Mühlheimer Brücke so ein Game Open Air inszeniert, letztes Jahr im September, wo man dann entsprechend, eigentlich sollte das mit der Kinect funktionieren, die wollte aber nicht so richtig, deswegen muss man es über so einen MIDI-Controller steuern, aber da geht es halt darum, mit dem Käse das Ungeziefer zu füttern und noch mehr Müll zu machen. Da war es nämlich unglaublich schmutzig und ich habe mir gesagt, wenn die Leute das hier so schmutzig mögen, dann geben wir ihnen doch die Gelegenheit und belohnen sie noch dafür, da Müll hinzuwerfen. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ja, deswegen haben wir es auch als Game Kommentar bezeichnet, aber das sind so Dinge, die dann auch irgendwie im Vereinskontext passieren. Also sowas sind dann immer so zwei Nachtprojekte. Eine andere Sache, die wir bei der Make Munich gezeigt haben, war dann so ein Projection Mapping auf eine kleine Kunstfigur mit, ich habe das Juicy Beats Control genannt, weil dahinter noch so drei Stück Obst liegen und wenn man die anfasst, dann ändern sich Farbe und Sound, also das Ding hatte auch Sound, habe ich aber da in der Aufnahme nicht so gut drauf gekriegt und weswegen ich das wiederum mit zeige, also hier hinten sieht man das Obst, das konnte man dann anfassen und dann wechselte sich die Lichtstimmung und so weiter. Ein Kind saß da zehn Minuten vor und war gnadenlos fasziniert, die hatte auch noch einen Regenmantel an mit Kirschen drauf, das war sehr lustig. Weswegen ich das erzähle, das ist eigentlich ja nur just for fun und so ein bisschen spielen mit Technik und gucken, was dabei rauskommen kann. Aber aus dem Video, das war so unser erstes Projekt, was wir gemacht haben, bei einer, das ist zu umständlich, das zu erklären, eine Nerdparty, wo Jungs sich zum Programmieren treffen. Die Evoke, also die programmieren da Grafiken ein Wochenende lang, klasse Sache eigentlich, auch echt beeindruckend. Das sind die Jungs, die dann für MTV, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber diese wilden Trailer machen, wo Grafiken irgendwie durch die Gegend flirren und die werden halt gecodet und die Jungs, die das machen, sind exakt die, die solche Animationen erzeugen. dann im beruflichen Kontext, aber da treffen die sich zum Spaß und machen Wettkämpfe und wir haben da halt Pappkartons aufgestellt und die konnten ihre Videos wieder hochladen auf dem Server und aus dem Projekt, da hat Spiegel Online drüber berichtet, die wollten was über die Dingfabrik schreiben und meinten, ja ein Projekt, stellt mal eins vor, keiner hatte Lust und Martin meinte dann, ja komm, dann nehmen wir halt unseres, bevor keiner was vorstellt und so ist eigentlich das YouTube Video in diesen Spiegel Online Artikel reingewandert, das hat der IT-Vorstand vom St. Petersburger Flughafen gesehen, witzigerweise deutscher, weil das so 50% von Afraport mit gestemmt wird da, die sind Anteilseigner vom St. Petersburger Flughafen und der meinte, ja ihr Presentation Mapping, heißt Projection Mapping, egal, das finde ich klasse, wir hätten dann noch so ein Budget offen für eine Anzeigetafel, muss ein Highlight sein und das ist dann hinter das Objekt, wie es kommen soll, also das wartet derzeit schon fast vollständig verpackt auf den Abtransport hier in Köln, wir haben das einmal komplett aufgebaut, wird dann 8 Meter lang sein, circa 4 Meter hoch und ist eine Skulptur aus Metall- und Acrylglas, hier sieht man es dann so in die Baustelle rein montiert, die Proportionen passen hier noch nicht so ganz in dem Bild, aber ich war einmal in St. Petersburg, habe da Fotos gemacht, mittlerweile ist das Terminal auch eröffnet und hier sieht man, wie wir das halt auf dem Güterbahnhof in den letzten Wochen und Monaten zusammengesetzt haben, also auch schon ein recht großer Trümmer und da wird man dann auch mal ganz schnell zum Handwerker, also hier halt Stahl, Stahl, Stahl und draußen Acrylglas, was dann mit LEDs hinterleuchtet wird, die kommen erst in Russland rein, wegen dem TÜV in Russland, also heißt er anders, aber und das hier vorne ist, da ist dann wieder der Anknüpfungspunkt, die Projektionsfläche, dahinter sitzt ein dicker Veranstaltungsbeamer, der wirklich Fluginformationen in Textform auch hier vorne darstellt, ein anderes Produkt, was auch bei uns mit als Prototyp zumindest teilweise umgesetzt wurde, ist dieses Objekt von Formkind, das ist eigentlich ein BWLer hier aus Köln, der dieses Design wiederum mit Google SketchUp erstellt hat, also auch null Kosten am Anfang, hat sich dann später, als er gemerkt hat, er will bessere Bilder davon haben, von dem Objekt, was er da erzeugt, bessere Bilder erzeugen, hat er sich für 200 Euro einen Renderer dazu gekauft, aber erst an dem Punkt, wo er gesagt hat, okay, jetzt möchte ich auch Geld damit verdienen und wir haben dann mit ihm zusammen eben diese Stahlstreben, die hier drin sind, also das sind Stahlgestänge, wo dann hinter Filzkörper magnetisch angeklipst werden, die haben wir dann in der Dingfabrik so sonntags morgens von 0 Uhr bis 12 Uhr mit der Flex bearbeitet und so weiter und das ist halt auch toll, das ging in der Fachhochschule nicht. Eigentlich hätte ich das in der Fachhochschule bearbeiten sollen damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber die lassen einen sonntags nicht arbeiten und auch nicht um die Zeit und auch nicht alleine und da greift halt der Arbeitsschutz, der ja auch gut ist für den Angestellten, aber das ist ein Hauptgrund, warum ich jetzt selbstständig bin und an der Fachhochschule auch gekündigt habe, ich darf Risiken eingehen. Das finde ich total klasse. Also ich darf Verantwortung für mich selber übernehmen, finde ich super. Wobei ich das halt auch genauso gut finde, dass es diesen Schutz für Arbeitnehmer gibt, denn um Gottes Willen soll da keiner zu gezwungen werden, sich irgendwie ohne Schutzbrille hinter eine Flex zu stellen. Also ich weiß, was ich mir selber zumute und gehe risikenbewusst ein, aber da soll keiner zu gezwungen werden. Deswegen ist das eigentlich schon alles vernünftig in Deutschland. Naja, aber das hat er mittlerweile verkauft, arbeitet jetzt am nächsten, Produkt, hat dafür auch irgendwie den ein oder anderen Designpreis gewonnen. Ja, aber das ist so Zeug, was halt auch schon bei uns entstanden ist. Im Kern muss man aber sagen, geht es in der Dingfabrik ums Hobby. Nur wenn es jetzt für euch relevant sein sollte, wollt ihr irgendwie ein Business aufmachen, wollt ihr eine gegenständliche Entwicklung machen und nicht nur immer alles virtuell und die nächste App, die keiner braucht, dann, also es wird auch genug gegenständlicher Schrott entworfen, so ist es nicht, aber dann, ja, ist das eine mögliche Kette, die man gehen kann. Also ganz klar ist das bei uns eine Community-Geschichte, wenn man einen Dienstleister sucht, ist man bei Tech-Shops besser aufgehoben. Eine Sache, die gerade aus den USA rüberschwappt, an einer Technischen Universität in München wird gerade der erste in Deutschland eingerichtet. Ich glaube, der ist schon gestartet. Da kann ich diese ganzen Dienstleistungen rund um die Maschinen, entweder kann ich Maschinenstunden einkaufen und es selber an der Maschine machen, aber die haben so professionelle Maschinen, dass ich die teilweise selber nicht bedienen darf, aus Arbeitsschutzgründen und so weiter, die auch vernünftig sind, weil das kann tödlich sein bei Fehlbedienung. Oder aber auch einfach da Dienstleistungen einkaufen. Das ist bei uns halt nicht so. Bei uns ist die Regel, komm rein, guck es dir an, mach mit und bedien es halt selber und lern vorher es zu bedienen, bevor du da dran gehst, während du beim Tech-Shop dann die Dienstleistung so einkaufen kannst. Das Schöne ist aber an diesen ganzen Konzepten, ich brauche mir nicht erst die Werkstatt aufbauen, um etwas umzusetzen, sondern ich kann es in diesem Kontext umsetzen und kann halt auch die Kosten wunderbar skalieren. Ich weiß genau, wenn ich zwei Monate für die Entwicklung brauche, kostet mich das so und so viel Geld. Wenn ich einen Monat länger brauche, kostet es mich so und so viel extra, aber ich habe diese ganzen Investitionskosten in der Form nicht. Naja, und Tech-Shop in Köln war eigentlich auch eine witzige Sache, ich habe aber bis heute noch nicht herausgefunden, wie groß das Marktpotenzial hier tatsächlich ist. Also ob das hier in Köln funktionieren würde. Ja, das wäre es soweit von meiner Seite. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, das war ja echt erstaunlich schön. Vielen Dank. Applaus